Was machst du denn? Nicht dieses Eisen da rein! Hä? Dieses Eisen kommt da rein! Okay. Also, hallo? Ich muss meinen Koppel wiederholen, der natürlich genau in den Fluss unten gefallen ist, im Keller. Oder so. Ah, da ist er, ja. Denn den Koppel brauche ich dringend. Frag mich gerade, kann man mit dem Schüssel den hier... Nein, mein Gott. Ich wollte den schüsseln. Warum kann ich denn nicht schüsseln? Rüchiger Stein. Und das Eisen kommt da rein. Und das Eisen, das brauchen wir immer... Ach ja. Wollen wir den Unmengen von diesen Bronze plötzlich her? Das lag irgendwo rum. Lol. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass jemand es gefunden hat. Ja, ich habe es gefunden. Ja, aber ich würde doch... Wenn ich das verarbeite, sieht das ja auch nicht so aus. Kannst du mir einen Schüssel machen? Einen Schüssel? Da brauchst du den Eisen und den Stock. Ich mache dir gerade einen Schüssel. Damit du in Ruhe behältst. Damit du in Ruhe behältst. Damit du in Ruhe behältst. Ich habe einen Schüssel für den D.K. So, Schüssel von oben. rumgeschisselt. Sagen wir nicht rumscheißt. Eiei. Ich habe welche geschissen in diesem Haus. Ich weiß nicht. Irgendwie kann man beim Schüssel immer doch noch eigene Texturen einfügen für alle möglichen Sachen. Das müsste ich mal probieren, ob ich das hinkriege, dass ich dann eine Weiß-Nur-Scheid. So, ich schreibe mir noch mal ein paar Sloppen. Oder habe ich da noch welche von? Nein. Dann gehe ich hier ran. Stick, stick, stick. Und der, der, der. Dann haben wir hier sechs Rampen. Immer müssen wir im Rampenlicht stehen. So, da hat er da noch schon einen Slop hingesetzt. Wenn ich hier gerade mal die Dinger kann ich die denn schisseln. Nicht darf man hier schisseln. Das Zeug kannst du doch nicht schisseln. Nein. Nicht? Wie ist denn das dann bearbeitet? Wie ist was bearbeitet? Wie war das immer bearbeitet, wie es so aussieht? Diese brüchigen Blöcke, die muss man schmelzen. So, 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 so. Und... Dann haben wir hier nämlich so einen Deckel. schön ausbrüchigen Blöcke. So, und... Stimmt. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ja gut, ich glaube, damit verkrauele ich ja alle noch vorhandenen Zuschauer. Kann ich Eisenerz schütteln. Warum kann ich hier nicht schütteln? Komm, ich schläge mal ein paar von den Sachen ab, die ich dabei habe. auch noch das sortiere ich mal dann kommt das hier so da kommt das und das mehr unmengen das weiß ich nicht nein gut ich höre ja schon wieder auf bevor sich die leute hier noch aufregen also jetzt bin ich verwirrt grom konnte fackeln schütteln wartet mal ich werde mal kurz grüß so nachdem die essensplanung war was gibt es eigentlich hier so ein bisschen ich muss endlich meinen mod raus drängen ich habe hunger auf dk ich habe das ja schon öfters erwähnt glaube ich mit meinem mod können wir dk essen lecker so dann Und nehmen wir die, kaufen wir die im Treiber richtig, was haben wir hier eigentlich, Öl, Benzin, rotes Plasma. So, dann haben wir das ausgebrannt und dann nehmen wir hier gleich gereinigtes, zerstoßenes Eisenerz rein. Ah ja, das hat fertig gebrüht, dann nehmen wir hier gleich noch mehr in den Zerkleinerer, damit der auch ja nicht außer Arbeit gerät. Das hier ist jetzt unsere Kiste für halb verarbeitetes Zeug. Also hier kommen sowohl eigentlich schon fertig aus dem Erd springende Sachen raus und halb verarbeitete Erze. Ja, bei der Mucke muss man immer an den Lokal denken. Wer nicht weiß, warum, der soll sich jetzt schämen. Und jetzt vielleicht auf seinem Kanal vorbeischauen. Überhaupt keine Schleichwärmung oder so. Ja, ich höre ja schon auf. Habt euch doch mal nicht so, auch wenn ich mir das nur einbildelde, dass euch das stört. Aber wahrscheinlich tut es das auch. Ja, ich will das noch mal nicht so, auch wenn ich dir das nicht schäme. Das will ich jetzt mal sehen, ob das geht. So, nein. Ja! Schau her! Man muss ein... Man kann die Betten färben. 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 Wir haben Kohle ohne Ende in der Kiste, nimm doch was raus! Ja, ist das schon richtig? Ja. Guck dir das hier hinten an! Nix! Der Generator ist leer, ansonsten funktioniert das nämlich wunderbar. Siehst du? Kaum ist Kohle drin, macht der hier... Ich brauche einen Stack Gold. Also, ich meine, wir stellen jetzt vier Stacks rein, oder? Ich meine, das kommt da rein, dann da unten, da rein. Ja. Und dann da rein, dann vier Stacks rein, oder? Äh, nein, also hier kommen zwei Stacks raus, da unten wären dann nochmal zwei Stacks da raus, und, äh, noch ein bisschen was, woraus du nochmal ein bisschen mehr Gold kriegst. Also nicht vier Stacks, aber mehr als zwei. So, also ich mache das hier, wisse... Da probiere ich einfach mal so ein bisschen was rum. Das kann man später noch mal schöner bauen, wenn man das will. Aber jetzt ist das erstmal so provisorisch. Das sieht jetzt noch nicht so schön aus. So, und so. So, eigentlich da, 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 da. Den reiß ich erstmal wieder ab. Ich will nur erstmal gucken, wie es ausseht. So, dann brauche ich hier, muss ich jetzt Gras abreißen. Und rauchen. Alter, ich kriege alle Samen nur nicht, die, die ich haben will. Ah ja, einen davon, noch einen. So, hier, da, äh, ich wollte nicht so ein... Das kann ich auch, wenn wir bald mal die Monster vielleicht anmachen, dann können wir das natürlich als Nahrungsquelle erstmal gebrauchen. Diese Tomaten und, äh, Himbeeren und Erdbeeren und... Na gut, Essenz kann man schlecht fressen. Äh, ja, kann ich natürlich tun, aber... Ich glaube, Essenz ist nicht so gut als Nahrungsquelle. Essenz ist dann eher so eine Mode-Droge. Ah, hier gerade habe ich auch noch Gurkensamen gekriegt. Dann kann ich mich auch noch von Gurken ernähren. Also so schön eingelegte Gewürzgurken. Ich weiß gar nicht, ob ich die in meinem Mod schon drin habe. Ich glaube nicht. Die wollte ich aber tatsächlich nicht reintun. Neben der normalen Gurke, die schon drin ist in meinem Mod. Aber dann muss man hier so verdammt viel Gras abernten. Das Gras habe ich ja im Keller. So. Den Gras rauchen ist doch schon längst. Das mache ich doch schon lange. Nicht mehr ich mache. Wartet Leute, das kann ich hier mal demonstrieren. Hier. Das nehme ich hier. Alles klar. Sich ja überhaupt nicht auffällig umtexturiert habe. Damit es ein gewisses... Wenn da etwas anderem aussieht, als es eigentlich ist im Spiel.